Hallo und herzlich willkommen liebe Aktienfreunde. Ich bin total fertig. Ihr müsst es mir nicht glauben, vielleicht sehe ich auch nicht so aus, aber ich bin total fertig und der Grund dafür ist das Stadterdepot. Wir haben jetzt den 3. August und Ende des 1. August oder zum 1. August sind ja die ganzen Sparpläne ausgeführt worden, das habe ich so eingerichtet. Und Ende des Tages, am 1. August bin ich ja hingegangen und habe auf meiner Seite wachstumswerte.net dann die ganzen Positionen eingepflegt und als ich das getan hatte, habe ich festgestellt, mit Schrecken, dass ja fast alle Positionen rot sind, fast überall im Minus. Da war ich schon unter Panik nahe und konnte noch mich beherrschen, habe einfach den Computer runtergefahren und habe gedacht, okay, lass mal ein bisschen Gras über die Sache wachsen und sieht die Verluste aus, guck mal am nächsten Tag, vielleicht ist dann alles grün statt rot. Gesagt, getan, hatte eine schlaflose Nacht hinter mir und dann hat aber das Stadterdepot so ausgesehen wie jetzt, am Ende des nächsten Tages, das heißt noch roter, als es vorher schon war, am Vortag. Und da war ich ja so fertig. Eigentlich wollte ich alles verkaufen, aber meine Hand hat so gezittert, dass ich den Verkaufsbutton nicht mehr getroffen habe und jetzt habe ich wieder ein bisschen beruhigt und wollte jetzt die ganzen Aktien verkaufen, aber jetzt ist Samstag, da haben die Börsen geschlossen. Deshalb würde ich dann einfach vorschlagen, dass wir weiterhin Monat für Monat unsere Sparpläne ausführen lassen, dass wir weiterhin in qualitativ hochwertige Aktien investieren, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und mein Name ist Thorsten Thiet, ich bin der Gründer, das heißt aktienfinder.net und hier geht es eben um das Aufspüren von Aktien beziehungsweise Unternehmen mit langfristig steigenden Gewinn, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und ihr habt jetzt vielleicht schon gemerkt, dass das Ganze, was ich jetzt hier gesagt habe, nicht ganz der Wahrheit entspricht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir hier doch einen ernsten Hintergrund, denn wenn ein Depot aussieht, so wie hier, dass fast alles rot ist oder alle Positionen rot sind, ich glaube, wir haben eine, die ist nicht rot, hier mit Donalds, damit können die meisten Privatanleger nicht umgehen und sie machen dann letztendlich Dinge, die sie später irgendwann mal bereuen. Ich möchte mich jetzt in diesem Video nicht mit einer einzelnen Aktienanalyse beschäftigen, wir werden auch nicht über Abstimmung eine neue Aktie abstimmen, sondern wir werden uns jetzt mit Kursrückschlägen beschäftigen und ich will euch zeigen, dass Kursrückschläge in unserem Fall eher ein Vorteil als ein Nachteil sind. Kurz aber noch zum Ergebnis der letzten Abstimmung hier und wie das Stadterdepot momentan aussieht. Tatsächlich, wir haben hier ja schon einige Teile und Abstimmungen hinter uns, das war die letzte. Kein Sparplan, keine Aktie. Ihr wisst ja, wie ich schon gesagt hatte, kein Plan überlebt den ersten Kontakt mit dem Feind beziehungsweise mit der Realität. Ich hatte Probleme gehabt, neue sparplanfähige Aktien zu finden, in die wir investieren können. Ich habe dann hier recycelt quasi. Apple hat gewonnen mit 34% der Stimmen. Texas Instruments denkbar knapp, geschlagen mit 33% der Stimmen. Das werde ich euch überlassen, was ihr macht. Ob ihr Apple, wie ich im Fall, weil ich ja immer den Gewinner hinzufüge als neuen Sparplan. Ob ihr jetzt in Apple investieren wollt, in Texas Instruments, in beide oder in keine dieser Aktien. Übrigens ein guter Hinweis nochmal hier, oder ein guter Übergang zum Disclaimer. Mit Aktien kann man Geld verlieren. Ich habe keine Glaskugel und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Also bitte selbst für euer Geld die Entscheidung treffen. Übrigens sind hier unten eure Kommentare. Und ich habe ja sehr viele Kommentare immer, die ich bekomme. Sei es auf dem Blog wachstumswerter.net, auf aktienswerter.net, auf YouTube oder per E-Mail. Und da sind wirklich super Kommentare dabei. Qualitativ absolut hochwertig. Und ihr habt mich im Prinzip, beziehungsweise mein Drehbuch schon überholt. Wenn ihr Vorschläge macht, auch Reads aufzunehmen, oder wenn ihr Vorschläge macht, wie wir einmal Käufe tätigen können. Also wirklich super von euch. Und wir werden das auch alles thematisieren. Und wir sind jetzt quasi dabei, diesen Plan, den wir hier haben, zu verfeinern, auch Planänderungen zu machen. Aber damit wir verfeinern können, Planänderungen machen können, brauchen wir halt erstmal einen Plan. Das heißt, als ich das gemacht habe, habe ich mir schon gedacht, dass das am Ende wahrscheinlich nicht 1 zu 1 so kommt. Ist aber nicht schlimm. Wir brauchen halt, wie gesagt, einen Plan, auf den wir dann aufbauen können. Und wenn wir dann die Planänderungen machen, können wir das auch schön im Nachhinein analysieren. Warum haben wir was getan? Hat es Früchte getragen? Oder halt eben auch nicht. Und falls nicht, können wir aus unseren Fehlern lernen. Aber wenn wir eben keinen Plan machen, dann ist halt alles in einer gewissen Willkür behaftet. Und das wollte ich eben vermeiden. Und im Großen und Ganzen bewegen wir uns ja immer noch hier. Insofern hat der Plan als Grobplan nach wie vor Bestand. Momentan sieht unser Consors-Depot und das Starter-Depot bei Consors so rum so aus hier. Wir sehen hier die ganzen Sparpläne, die wir eingerichtet haben. Der letzte war Apple, der ist noch nicht ausgeführt worden. Kam ein bisschen zu spät. Am 1. August wurde er ausgeführt. Das hat der Wahrheit entsprochen. Microsoft, Cisco Systems sind bereits zweimal ausgeführt worden. Deshalb haben wir hier einen höheren Gesamtwert. Und hier sehen wir dann eben die ganzen anderen Positionen. Wie gesagt, das Start-Depot wird bei der Consors-Bank gemanagt oder gemacht. Ich habe hier, wer noch ein Start-Depot sucht, selbst aktiv werden möchte. Für den habe ich hier ein Angebot. Kann ich mal draufdrücken. Dann kommt man hier zum Start-Depot Paket. Warum Paket? Weil ihr hier nicht nur einen Broker bekommt. Hier Consors kommt direkt. Das sind eben die zwei sparplanfähigen Broker, bei denen mein Partner und ich jeweils selbst sind. Hier Lynx, die sind aber nicht sparplanfähig. Ihr bekommt nicht nur hier den Broker. Und dann noch jeweils die Aktionen, die die selbst durchführen, für diese Neukundenaktion. Sondern ihr kriegt dann auch noch 90-tägige Vollmitgliedschaft im Aktienfinder oben drauf. Und deshalb nenne ich das Ganze eben Starter-Paket. Soviel dazu. Ich verlinke das Ganze auch noch. Hier eben die Übersicht, wie das momentan aussieht. Und dann gehen wir mal, wie es performance-mäßig aussieht, hier runter. Das Ganze wird auf wachstumswerte.net getrackt von der Performance her. Stündlich aktualisiert. Natürlich nur dann, wenn die Börsen offen sind. Ansonsten passiert da relativ wenig, was Kursveränderungen angeht. Und wir sehen hier eben dieses wunderbare Rot im Depot. Und ich habe mir jetzt auch mal, weil es interessant ist, die ersten beiden Positionen angeschaut, die am höchsten in den Miesen sind, um zu gucken, wie dieses Minus zustande kommt. Denn wenn man eine Aktie kauft, dann ist man ja immer erst mal im Minus, weil man ja Gebühren bezahlen muss. Und deshalb fand ich es mal interessant zu gucken, dieses doch relativ kräftige Minus von 5% und knapp 5% hier. Wie kommt das zustande? Also wie teilt sich das auf Gebühren und auf tatsächliche Kursverluste auf? Und gucken wir erst mal in den Pacific. Das wäre hier. Und da reicht Yahoo Finance für das grobe, sage ich mal. Und da haben wir den Kauf am Anfang vom 1. August. Das sehe ich komischerweise. Ach doch, hier ist der 31. Juli. Aber ich habe den Kurs vom 1. August genommen. Und das waren 162,20 Euro von Frankfurt. Und der Ausführungskurs war aber 165,91. Und wenn ich es ausrechne, war dann der Ausführungskurs 2,3% höher. Und diese 165,91, das sind also alle Gebühren schon drin. Und die liegen jetzt 2,3% über dem Kurs, den wir hier auf Yahoo Finance sehen. Also den Kurs hier. Mit dem Tooltip ist Yahoo ein bisschen geizig. Also über den 162,20, 2,3% drüber. Und da sind, wie gesagt, die 1,50 Euro drin. Und dann eben noch ein schlechtere Ausführungspreis. Spread, wie man es auch immer nennen möchte. 2,3% insgesamt ist die Position mit 5,24% im Minus. Das heißt, weniger als die Hälfte kam durch Gebühren zustande. Und wir sehen eben, dass hier Union Pacific am Freitag knapp 4% verloren hat. Und deswegen sind wir halt in Summe so stark hier im Minus. Bei Adidas habe ich auch das gleiche Spielchen gemacht. Und da bin ich auf 1,4% Minus gekommen durch die kompletten Gebühren und beziehungsweise Spreads, die wir haben. Sind aber hier mit deutlich höheren Prozentwert im Minus. 4,66%. Und wir sehen dann auch hier, Adidas hat echt Federn gelassen. Unglückliches Mikro-Timing, könnte man so sagen. Also wir haben die Aktie gekauft am 1. August. Wo haben wir es? Hier ist dann der Kurs noch ein bisschen gestiegen. Und dann im Rahmen der Kursschwäche, der allgemeinen Börsenschwäche, ist dann die Aktie doch relativ stark eingebrochen. Ich habe auf jeden Fall nichts mitbekommen, was Adidas spezifisch gewesen wäre. Aber wir haben auch ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Und wir sehen hier, dass der DAX insgesamt am Freitag einen schlechten Tag hatte mit auch über 3% Kursverlust. Also ein Teil der negativen Performance momentan ist natürlich den Gebühren im weitesten Sinne bei der Sparplanausführung geschuldet. Der größere Teil ist aber auf einen schlechten Börsentag zurückzuführen. Und ich sehe insgesamt die Sparpläne sehr vorteilhaft. Man hätte mal, also ich habe einen Banklehrer gemacht vor langer Zeit, wenn ich dann mal ausgekommen wäre, zu dem Bankverantwortlichen, der quasi für die Aktien und für die Aktienausführung, die Aktienorders verantwortlich wäre, wenn ich zu dem gekommen wäre und gesagt hätte, hier 25 Euro möchte ich mal Aktien kaufen, dann hätte ich mich ausgelacht damals. Und ich halte Sparpläne, also nach wie vor für eine gute Sache und werde es auch noch mal zeigen, warum alles extrem vorteilhaft ist, psychologisch im Rahmen des Cost Average Effekts. Ich habe hier mal einen kleinen Chart gemacht, eine kleine Grafik und wir haben hier den Zeitverlauf. Nehmen wir jetzt mal 10 Jahre und das ist ja jetzt keine unrealistische Haltedauer. Da hätten wir jetzt 120 Ausführungen, Monat für Monat führen wir aus. Wir haben hier den Kurs und dann haben wir hier den Kursverlauf. Wir haben hier zwei Kursverläufe. Wir investieren ja in Aktien mit langfristig steigendem Unternehmensgewinn. Das ist der Plan. Und wenn die Unternehmensgewinne langfristig steigen, dann steigt auch langfristig der Aktienkurs. Das ist so unsere Prämisse. Und der idealtypische Kursverlauf an der Börse von der Aktie, der wäre der hier im leicht helleren Grün. Das wäre auch der psychologisch sehr leicht verdauliche Kursverlauf. Dann würde also immer hier eine Sparplanausführung haben. Dann wäre man immer relativ kurz im Minus, weil man eben Gebühren bezahlt hat. Und dann würde aber schon ein paar Monate später wird man in den Break-Even kommen. Und dann wäre man schon im Gewinn. Und das für jede Sparplanausführung. So viel zur Wünsch dir was. Die Realität sieht aber besichtlich des Kursverlaufs eher so aus. Geht hoch, es geht runter. Die Aktie ist mal hoch bewertet, oder überbewertet. Und dann geht sie mal runter. Und dann ist sie billig zu haben. Und ganz billig zu haben, ist es natürlich in Phasen echt ein Börsen-Crash. Hier gemarkert mit zwei Explosionen. Es ist nicht unrealistisch, dass wir im Zeitverlauf Börsen-Crash ein oder mehrere erleben werden. Was passiert in einer solchen Phase beim Privatanleger? Der Privatanleger gibt hier nervt auf und wirft die Aktien auf den Markt. Und das tun wir eben nicht. Das Schöne ist ja, dass wir immer sukzessive nachkaufen und durch diesen Cost-Average-Effekt, wenn die Aktie überbewertet ist, relativ wenig Stücke kaufen. Und relativ viele Stücke kaufen, wenn die Kurse eben billig sind. Und am billigsten sind sie eben beim Crashen. Wir werfen eben in dieser Zeit die Flinte nicht ins Korn, sondern investieren weiter. Wir haben hier ja auch eine Community, wo wir ja uns auch gegenseitig auf die Schulter klopfen und trösten können, sodass wir dann hier, wie gesagt, nicht die Nerven verlieren. Und das ist der Cost-Average-Effekt. Und ich habe hier auch mal auf meinem Blog auf aktienfinder.net, da habe ich die zwei Regeln des Börsenerfolgs geschrieben. Es sind nämlich meines Erachtens tatsächlich nur zwei Regeln, die eine Befolgung dazu führen, dass man von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren kann. Das erste ist die Anlagedauer. Und da habe ich hier mal einen kleinen Chart gebastelt. Das hier ist der S&P 500, logarithmische Darstellung. Und da sieht man hier die zwei letzten Crashs, zugenommen gebenermaßen relativ weit, und dann lang zurückliegen. Und dann sehen wir hier die jährliche Performance des S&P 500. Man sieht, dass man langfristig mit Aktien eine Rendite erwirtschaftet. Ansonsten würde der S&P 500 ja nicht steigen. Man sieht auch hier bei der jährlichen Performance, dass wir mehr grün als rot haben, aber wir haben trotzdem auch rot. Und wir müssen uns dagegenwältig, dass es die Jahresperformance ist. Das heißt, man muss halt auch ertragen können, dass man eine negative Performance auf ein ganzes Jahr hat. Vielleicht sogar auf zwei Jahre, wie hier im Rahmen, denke ich doch, des Blasens der Dotcom-Blase. Des Platzens der Dotcom-Blase. Und viele Leute drehen ja schon durch bei solchen Sachen, wenn hier mal ein paar Monate die Performance negativ ist. Was natürlich auch mit die Schuld unserer tollen Medien ist. Dazu habe ich ja auch mal ein Video gedreht. Das hieß, Börsen News macht Lesen dumm. Kann ich auch nochmal verlinken. Und damit müssen wir halt umgehen können. Und diese negative Performance, das ist halt hier im Symbolbild abgelichtet oder abgebildet mit diesen Crashs hier. Und wir gehen jetzt halt hin mit Sparplänen und bleiben total cool und rüsten oder tun dann unsere Position einfach immer weiter aufstocken. Und deshalb ist es halt auch kein Problem erstmal oder sollte für uns kein Problem sein, wenn wir hier so ein Depot vor uns haben, wo wir erstmal, und das ist jetzt auch insbesondere dem Mikro-Timing geschuldet, weil es halt am 1. August, weil der 1. August ein sehr schlechter Börsentag gewesen ist. Wenn es halt erstmal runter geht, dann ist es eben so. Aber ich hätte, wenn ich es mir aussuchen könnte, gerne, dass es noch weiter runter geht, sodass wir hier eben von relativ günstig, also relativ günstig zum Zug kommen, anstatt, dass wir jetzt schnell wieder eine Stabilisierung haben. Also wenn wir jetzt hier so klein geht es mal nach unten und dann geht es wieder nach oben und dann werden die Kurse noch teurer, dann kaufen wir hier doch relativ teuer ein, aber immer nur kleine Stücke kostet, Average-Effect sei Dank. Ich hätte lieber, dass es mal so richtig runter geht und könnte dann gut damit leben, dass wir hier halt komplett erstmal rot sind. So what? Ja, wir haben hier einen so langen Zeithorizont und da wir ja eben in Aktien investieren, die deren Unternehmensgewinne langfristig steigen, können wir davon ausgehen, dass die halt doch langfristig mehr wert werden. Das habe ich auch hier übrigens grafisch mal abgebildet, das ist hier aus dem Aktienfinder raus, aus dem Chart und beziehungsweise eine echte Grafik und da zeige ich halt, wie durch die langfristig steigenden Unternehmensgewinne abgebildet operativer Cashflow, bilanzierter Gewinn, aber auch die höhere Dividende, wie das dann diesen Fair Value quasi wieder immer höher wird und wie dieser höhere Fair Value den Aktienkurs nach oben drückt. Das spielt halt alles zusammen. So, soviel dazu. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Entschuldigung, dass ich mal keine Aktie analysiert habe, aber ich denke, diese übergeordneten Annahmen sind halt auch sehr wichtig. Nächstes Mal werden wir uns dann mit den Fangaktien beschäftigen, weil das war die andere Abstimmung, die ihr im letzten Video gemacht habt und ihr habt euch dafür abgestimmt, auch Aktien ins Stadterdepot aufzunehmen, die keine Dividende zahlen. Das heißt, wir werden uns im nächsten Video ein paar Fangaktien anschauen und dann über die Aufnahme einer Fangaktie abstimmen. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.